Hallo allerseits! Ich bin mal wieder auf der Spielwarenmesse hier in Nürnberg und bin hier auf der Press Preview gerade bei Wilhelm Schoch, der Geschäftsführer von Fischertechnik. Und Sie haben sich eine neue Kugelbahn einfallen lassen für heuer? Ja, wir haben heute eine Neuheit. Die gibt es so am Markt noch nicht. Wir nennen den Hanging Action Tower. Das ist eine Kugelbahn mit über 770 Bauteilen, die Sie jetzt erstmalig direkt an der Wand befestigen können. Oder wir haben hier drüber auch ein großes Modell, wie man es im Regal drin befestigen kann. An der Wand hängen, wird die angeschraubt oder wie machen wir das? Die machen wir über ein Vakuumpad. Da nutzen wir die Synergien von unserer Fischer Gruppe, von unseren Kollegen von Befestigungssystemen. Wir haben hier ein Vakuumpad, das funktioniert komplett ohne Kleber. Sie setzen das auf eine glatte Oberfläche drauf und mit einer anderen glatten Oberfläche, die Sie dagegen drücken, haben Sie schon alles fixiert. Das hält jetzt bombenfest. Lösen kann man das Rückstandsfrei super einfach durch wieder drehen. Ein Pad hält 5 Kilogramm aus. Das heißt, so eine Kugelbahn ist hier absolut sicher gefestigt. 5 Kilo und wie lange hält das? Verstaubt das? Wenn das verstaubt, dann wird das vielleicht nicht mehr halten oder wie läuft das? Normalerweise, wenn Sie eine bündige Oberfläche drauf haben, kann es nicht verstauben. Sollte es verstauben, rückstandsfrei abnehmen, mit Wasser abwaschen und dann funktioniert das wieder wie neu. Das heißt, einfach dann mal ins Handwaschbecken rein? Einfach ins Handwaschbecken rein, abwaschen und alles ist wieder wie neu. Gut, das heißt, es gibt es aber dann auch unabhängig von der Bahn, weil die Bahn ist eines dabei? Bei der Bahn ist eines dabei. Das gibt es aber im Baumwahrt auch unabhängig von der Bahn, von unseren Kollegen von der Befestigungstechnik. Wir nennen dieses neue System hier ganz ohne Werkzeug. Und diese Kugelbahn selber, ich habe gerade nachgeschaut, 775 Teile hat die, kostet knapp 100 Euro, kommt im Juni auf den Markt. Die ist jetzt hier manuell zu betätigen. Vielleicht können Sie das mal zeigen, was man jetzt hier machen kann? Die ist hier manuell über die Kette zu betätigen. Das heißt, wir haben hier ein Band. An dem Band sind Magnetpads angebracht. Die Magnetpads transportieren die Kugel nach oben. Hier oben wird sie abgestreift. Das sieht man jetzt hier vielleicht. Jetzt kommt die nächste Kugel. Hier oben wird sie abgestreift und geht dann den Weg wieder runter. Und erweitern kann man das dann mit einem Motor, wenn man Lust hat. Die Beleuchtungen, gehören die zum Lieferumfang? Nein, auch die Beleuchtungen kann man extra dazu nehmen, damit sie auch da unendlich variabel sind mit der Anzahl von der Beleuchtung und je nachdem, was Sie möchten. Was wir hier auch noch angebracht haben, das sehen Sie jetzt bei Tageslicht nicht. Wir haben hier fluoreszierende Aufkleber auf diesem Band. Wenn Sie hier vielleicht mal reinschauen, dann sehen Sie bei Nacht, dass dieses Band über die Aufkleber dann leuchtet. Toll. Und dieses Band, kann ich das verlängern, wenn ich eine längere Bahn bauen will? Das Band ist verlängerbar. Das ist in unserem Maßstabsgetreu verlängerbar. Unendlich verlängerbar. Wir haben hier zum Beispiel jetzt eine ganz große Kugelbahn aufgebaut. Die besteht aus zwei von diesen Baukästen. Genau zwei Baukästen drin. Hier ist es jetzt erweitert mit einem Motor und auch mit Licht, sodass Sie hier jetzt eine Kugelbahn haben, die im Dauerlaufbetrieb auch laufen kann. Das heißt, die hat jetzt fast zwei Meter Länge. 96 hat einer. Und der wird jetzt allerdings nicht mehr an der Wand so befestigt, sondern aufgelegt, damit er hält. Die haben wir jetzt aus, würde ich auch empfehlen, aufgelegt. Also auch mit diesem Pad, mit diesem Wappenpad, dass sich das nicht mehr verschiebt. Aber hier haben wir halt dann die absolute Sicherheit, damit es im Regal drin, damit es mit absoluter Sicherheit hält. Gut. Was gibt es sonst noch Neues heuer von Fischertechnik? Wir haben noch viele Neuheiten hier von Fischertechnik. Ich darf Ihnen noch fünf weitere Neuheiten zeigen. Eine Neuheit ist hier oder zwei Neuheiten bewegen sich hier im Bereich Junior. Im Juniorbereich möchten wir den Einstieg schaffen bei Fischertechnik für Kinder ab drei Jahre. Wir haben hier große Bauteile dabei, wo die Kinder ab drei Jahren schon damit bauen können und spielen können. Original Fischertechnik-Räder, Original Fischertechnik-Achsen und wir haben hier ein modulares System, wo wir unsere Fischertechnik-Bauteile original mit anbauen können. Das heißt, die ganz normalen Bauteile passen damit drauf und das geht jetzt an. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, damit angefangen mit diesen Einsteiger-Sets für die ganz kleinen Kinder. Genau. Und heute wird es fortgesetzt. Feuerwehr, ein großes Thema heuer. Jawohl, Feuerwehr ist für uns immer ein schönes Thema. Interessiert die Kinder nach wie vor brennend. Aber auch das Thema Baustelle oder Bagger ist nach wie vor im Fokus von den Kindern. Also, was wir hier haben, ist eine, wir nennen es Mikroskop oder Smart Super Zoom. Wir schaffen es hier mit einem ganz normalen Handy, indem wir hinten eine Lupe anbringen. Können wir das mal anschauen? Ja, natürlich. Eine Lupe anbringen im richtigen Abstand zur Kamera und dann das richtige Abstand über unsere Bauteile zum Objekt, was Sie aufnehmen möchten. Je nach Kamera vom Smartphone bis zu 26-fach Vergrößerung. Sie können das nach wie vor zoomen, ganz normal über die normale Kamera. Können jetzt die Bilder machen, die Sie machen möchten. Dann haben Sie das fotografiert und Sie können damit natürlich alles sehr schön herzoomen, was Sie möchten. Das ist für fast jedes Smartphone. Befestigt wird das wieder mit diesem Pad? Befestigt wird es wieder mit diesem Pad, mit diesem Vakuum-Pad. Was die schöne Eigenschaft hat, dass Sie es rückstandsfrei wieder abmachen können. Und eben beliebig oft rauf und runter. Beliebig oft rauf und runter. Das ist ganz wichtig beim Smartphone. Das Kind möchte natürlich nicht immer mit diesem Bauteil hinten dran mit dem Smartphone unterwegs sein. Gut. Das Ganze kostet 20 Euro, sehe ich hier gerade. Das Ganze kostet 19,95 Euro. Ist also auch ein typisches Mitnahmegeschenk und ist, glaube ich, für Kinder sehr interessant. Wir schreiben auch bewusst ab 7 Jahre. Wir möchten nicht zu früh einsteigen, weil zu früh mit dem Smartphone anfangen ist auch nicht unklar. Ja, die Eltern sagen ja eigentlich sowieso ab 12 sollte man das Smartphone frühestens in die Hand nehmen. Genau. Und das ist jetzt schon im März lieferbar, sehe ich hier gerade auf dem Zettel stehen. Und dann haben wir noch zwei weitere Neuheiten, die mir aus der Seele sprechen. Das habe ich mir vorhin schon angeschaut. So Basissets, die man immer irgendwo Teile braucht und immer irgendwie eigentlich keine Lust hat, irgendein fertiges Set zu kaufen, nur weil ich jetzt was Spezielles brauche. Genau. Das sind also unsere Sammelkästen. Wir beginnen hier vielleicht mit dem kleinen. Das ist die Creative Box Mechanics. Bei Mechanic geht es um das Thema Antrieb, um das Thema Getriebe, unterschiedliche Antriebe. Hier gibt es eine kleine Anleitung dazu, wie wir Getriebe und diese Dinge erklären. Aber im Prinzip ist das für die Fischertechnikanwender, die schon so weit sind, um selbstständig bauen zu können. Dieses Set hat dann 290 Teile, steht hier auf dem Werkzettel, 60 Euro knapp und kommt sogar auch schon im März auf den Markt. Ganz genau. Und das ist jetzt speziell wirklich für die Techniker, die dann eben hier so ein Getriebe bauen wollen, eine Zahnscheibe bauen wollen oder sonstiges. Schneckenantriebe haben wir hier drin. Wir gehen über Kettenantriebe und das ist alles auch exemplarisch in der Bauanleitung erklärt. Und das wird so geliefert in diesen Boxen mit dieser Platte auch? Jawohl, mit dieser Grundbauplatte 500. Auf dieser Grundbauplatte können Sie dann Ihre Experimente abbilden. Gut, die Boxen gibt es wahrscheinlich auch leer, wenn man sowas haben will zum Stapeln. Sind stapelbar direkt? Die sind direkt stapelbar. Dann haben Sie hier eine wunderschöne Aufbewahrung für Ihre Fischertechnikbauteile. Und die Nummer größer, nicht ganz so technisch, steht hier unten noch. Das ist dann, wie heißt das, Creative Box Basic? Basic. Da sind also unsere Basisbauteile drin, nach einem ähnlichen Prinzip oder Funktion wie oben bei der Box Mechanics. Also auch für die Anwender, die nicht unbedingt eine Bauanleitung brauchen, einfach mehr Material benötigen. Wir haben hier acht sogenannte kleine Boxen, die wir drin haben, auch gestapelt. Und auch hier ist eine große Bauplatte mit dabei, die Tausenderbauplatte, auf der Sie wiederum alle Modelle aufbauen können. Die ist auch schon ab März lieferbar, kostet 120 Euro, hat 630 Teile. Genau. Gut, das war jetzt ein ganz schön interessanter Einstieg in die Fischertechnikwelt für 2020. Hier von der Spielbahnmesse in München auf der Presspreview. Und ich bedanke mich bei Wilhelm Schoch, dem Geschäftsführer von Fischertechnik. Vielen Dank auch Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank.